Ja, meine lieben Leute, mir scheint, die Sonne scheint. Photovoltaikförderung nach dem ERG, die sechste. Mittlerweile sind ja einige Tage ins Land gezogen, nachdem die Förderung gestartet hat. Genauer gesagt ist es eine Woche. Und mittlerweile sind auch mehr als 33.000 Förderanträge vervollständigt worden. Das freut uns natürlich sehr und wir hoffen auch, dass dafür eine Förderung ausgeschüttet wird. Was aber überhaupt nicht funktioniert und hier gibt es Verbesserungsbedarf und da könnte unsere Bundesregierung vielleicht kurz einmal einhaken, ist, wenn man eine Frage hat und diese telefonisch stellen will, fliegt man, ganz einfach ausgedrückt, immer aus der Leitung. Hier gibt es noch Verbesserungsbedarf. Weil die Frage, die sehr viele stellen wollen, ist, was passiert, wenn man bei diesem Fördercall nicht berücksichtigt wird? Hat man dann seine Chance gewahrt und eine bessere Chance beim nächsten Fördercall? Diese Frage ist noch offen. Und wir bitten unsere Bundesregierung, diese möglichst rasch zu beantworten.